Hallo Samy, hallo Ron. Hallo. Lust auf eine Runde Buzzer, Bingo? Ja, sicher. Ja, ich nehme mal hier die rosa Knolle weg. Den Buzzer. Wonach riecht es in eurem Turbos am intensivsten? Jetzt buzzer ich. Liebe. Da riecht es nach Liebe. Herrscht bei den Bräulers Demokratie innerhalb der Band? Keine Ahnung. Warum sind Hunde bessere Menschen als Katzen? Zirkusclowns haben bewiesen, dass Katzen oft Mistviecher sind, weil sie nicht hinterhältig kratzen. Hunde hingegen waren immer äußerst beliebt beim fahrenden Volk. Wo versteckt man am besten einen Keks? Das hat mir nicht gebasert. Das hat nicht funktioniert. Im Etagenbett. Das fing so nicht an. Im Etagenbett. Ah. Im. Warum ist Rückenschwimmen die beste Sportart der Welt? Na, wegen des Latissimus. Mit welcher anderen Band würdet ihr gerne mal zusammen ein Konzert schmeißen? Ähm. Ähm. Pantera. Ohne welches Styling-Produkt könntet ihr nicht leben? Ja, das ist eine gute Frage. Pomade. Was findet ihr an Düsseldorf so richtig kacke? Hochhäuser. Was ist eure liebste geometrische Form? An und für sich finde ich das Dreieck sehr gut, aber die Illuminaten und so weiter sind ein Problem bei meiner Antwort. Wenn von ein paar Socken mal wieder nur noch einer übrig ist, was kann man mit dem noch so cooles machen? Nochmal, Entschuldigung. Ich bin nicht stark genug. Ja, ich würde ihn einfach wegschmeißen. Welches politische Thema ist euch am wichtigsten? Lügenpresse. Also, nein, ohne Flachs. Jetzt mal ernst bei der Sache. Fehlt keine rechte Scheiße. Bitte weiterzählen. 100, 200. Yes. 300, 400, 500, 1. Für die Jeans. Was würdet ihr euch niemals tätowieren lassen? Tätowierungen. Was war das Schönste für euch dieses Jahr? Ähm, Konzerte natürlich. Was wird der Modetrend für den Sektor Winter 2017? Richtig lange Zipfelmützen. Am liebsten würdet ihr jetzt gerade nicht das Buzzerbingo machen, sondern... Im Bett liegen. Danke, Sammy und Ron. Ui, 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 Ulrike.